Meine geliebten Seelenleuchttürme, ihr wundert euch bestimmt, dass wir so klammheimlich und still unseren neuen Workshop in unseren Kanal hineingesetzt haben und endlich, endlich unser energetisches Ei legen konnten. Ihr habt so lange darauf gewartet und was für ein schönes Ei ist das denn bitte? Ein Kurs zum Leuchten. Ja, was steckt da alles drin? Denn dieser eintägige Workshop, das ist ja jetzt der Startschuss und der Startschuss für Workshops live und in Farbe und face to face, damit wir uns endlich, endlich sehen, umarmen und miteinander leuchten können. Und er basiert auf der Energiemedizin nach Donaiden, nach deren Übungen, der Quantenphysik und der Bewusstseinserforschung. Und ich kann euch versprechen, dass er hochschwingend wird, weil wir unseren Körper ganz intensiv mitnehmen. Und darum geht es ja jetzt in dieser wilden Zeit mit all diesen neuen Einflüssen und Energien durch die Sonnenstürme und die Veränderung der Erde. Dass wir sie integrieren in unseren Körper, ihn unterstützen, vorbereiten und mit allen Situationen klarkommen. Also, dass wir uns selbst beruhigen können oder, wenn das Gegenteil der Fall ist, uns selbst energetisieren, wenn nötig, dass wir Blockaden selbst lösen oder lernen, auch mit Fremdenergien umzugehen. Es ist ja so, dass wir alle leuchten, aber die Scheiben des Leuchtturms sind oft, ja wie soll ich sagen, beschlagen oder trüb durch diese äußeren und inneren Vorgänge und Prozesse der Zeit. Und wir, wir putzen jetzt diese Scheiben, damit ihr immer der Chef in eurem Turm sein könnt und nichts und niemand mehr eure Energie rauben kann. Ja, ihr lernt also durch diese besonderen Übungen, Energie bewusst zu lenken und durch eure Körper fließen zu lassen. Und das beeinflusst so sehr die Stimmung, die Frequenz, die Gesundheit, eben alles. Ich praktiziere das ja schon einige Jahre und ich kann euch sagen, ich bin ein ganz anderer Mensch geworden, also quasi ganz neu. Wir analysieren in unserem Workshop die Energiesprache des Körpers, seine Primärsprache und lernen unsere innere Instanz kennen oder besser kennen. Das ist der Indikator für das, was wahr ist, was wirklich wahrhaftig ist. Und hier nutzen wir dann unter anderem die Methoden der Kinesiologie. Wir sprechen auch über das Bewusstsein, das Unbewusstsein, den Autopiloten, natürlich über unseren Körper, den Verstand und vor allem über Energie. Ich würde mal sagen, damit bekommt ihr euer energetisches Schatzkästchen, ja, die energetische Schatzkiste zurück, mit der ihr geboren wurdet. Wir haben das oft vergessen. Und dann kommen dazu noch neue Methoden und dann werdet ihr immer mehr in der Lage sein, das Leben und das Wohlgefühl mit einem Zauberstab in neue Bahnen zu lenken. So fühlt sich das für mich an. Und Ziel ist es, dass ihr euch eine ganz eigene Energieroutine zusammenstellen könnt nach diesem Kurs aus einem großen Buffet, aus einem Blumenbeet von großartigen Techniken und praktischen Tools, einfache Tools. Das ist mir so wichtig. Und wenn man diese in sein tägliches Leben integriert, dann kann eine sehr aufregende Reise in eine ganz neue Wahrnehmung, in eine Klarheit, in ein anderes Fühlen kommen, was man so noch nicht kannte. Also es kann sich immens viel verändern, wenn man sich darauf einlässt. Und ja, und wie gesagt, das hier ist der Startschuss für, ich hoffe mal, viele, viele Workshops, auch in anderen Regionen natürlich. Für die, die jetzt enttäuscht sind, dass das zu weit weg ist. Wir beginnen hier in unserer Nähe, also Eidorf, Bonn, vielleicht auch Köln. Dann haben wir auch das Saarland im Auge. Selbstverständlich das Schwurbelhändle. Und ein Traum, ein sehr realistischer Traum, ist auch der Bodenseeraum. Das reimt sich. Und als Sandhäubchen, ich weiß, oh ja. Aber wir schauen jetzt, was sich alles ergibt. Vielleicht sind ja auch einige Seelenleuchttürme unter euch. Ich glaube, das habe ich jetzt schon öfter auch gehört, gesagt bekommen und gelesen, die uns hosten könnten. Also ich weiß gar nicht, ob es dafür ein deutsches Wort gibt. Also die einen schönen Raum selber haben oder einen schönen Raum kennen in ihrer Gegend. Den klar machen. Vielleicht auch schon ein paar Teilnehmer im Handgepäck. Und dann kommen wir, Yvonne und ich, und dann lassen wir es krachen. Also leuchten. Wir sind sehr aufgeregt, aufgekratzt und voller Freude. Auch gespannt, was sich jetzt alles ergibt. Und nach all diesen Monaten der Introvertiertheit, der Ruhe und auch des Winterschlafs. Ich weiß, das wird wunderschön. Es wird ein Fest, wenn wir uns begegnen und all diese schönen Sachen zusammen machen. Mit viel Bewegung, mit Lebensfreude, Leichtigkeit, mit Musik. Und so, dass wir da rausschweben und das auch halten können. Und durch diese Routine, die wir dann neu leben, ins Leben bringen, auch ein Leuchtturm sind, wo die Scheiben nicht mehr trüb werden. Ja, das lag mir jetzt noch sehr am Herzen, euch das auch noch mal verbal mitzuteilen. Nicht nur schriftlich. Damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, ja, wie sich das anfühlt, wie sich das gestalten kann. Und ja, es folgen auch noch weitere Infos dazu in den nächsten Wochen. Wahrscheinlich auch mal per Video, dass wir auch noch eine Übung mal miteinander machen, dass ihr das spüren könnt. Und ich bin sicher, dass da einiges entsteht und daraus erwachsen kann. Also auf jeden Fall mal neuer Schwung, neue Energie und bestimmt auch viele neue Begegnungen. Lassen wir uns überraschen. Vom Universum und von uns selber. Wir drücken euch ganz, ganz fest und lieb an unser Herz. Bis ganz bald vielleicht.